Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin und heute geht es um das Wochenhoroskop ab dem 5. September 2022. Herzlich Willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Wir starten in dieser Woche, als ob jeder mal schauen würde, schauen wir mal, ob sie es durchhält, schauen wir mal, ob sie es schafft oder ob sie es kann. Unser Durchhaltevermögen, unsere Disziplin wird einfach auf die Probe gestellt. Sei es im Staum morgens, sei es bei einer komplizierten Aufgabe. Es ist einfach unsere Disziplin und unsere Weitsicht gefragt, so ein bisschen. Ab Mitte der Woche suchen wir nach dem Nicht-Normalen in unserem Leben. Sei es im Privatleben oder im Beruflichen. Gehen wir mittags mit den Kollegen immer donnerstags italienisch essen, dann versucht doch mal was anderes. Dann vielleicht der Mongole um die Ecke oder dann der Chinese oder wir lassen uns was kommen. Es ist Kleinigkeiten, die euch Freude bereiten, einfach mal aus dem normalen Trott mit Kleinigkeiten auszubrechen. Ihr müsst nicht die großen Veränderungen erraten, sondern auch das Kleine. Oder ihr kauft euch immer Gladiolen, dann holt euch doch mal Sonnenblumen. September ist kein Monat für Gladiolen und kein Monat für Sonnenblumen. Deswegen mal was anderes. Das Wochenende. Emotional flexibel, ja, aber im positiven Sinn. Ihr seid in der Familie gefragt als Mediatoren. Als, hör mir doch mal zu und gib mir deine Meinung. Vorsichtig mit der eigenen Meinung. Es passt für euch vielleicht. Aber versucht euch auch in den anderen einzudenken, wie es für ihn selber passen würde. Also, Mediatoren, ja, heißt aber sich selber rausnehmen und den anderen zuhören. Ich wünsche euch die Woche ganz viel Spaß. Bis bald.